Hey Mädels, legen wir los! Eine unterirdische Krokodil-Fangmission ist unser Auftrag. Hast du nie ein Krokodil oberirdisch geschnarrt? Weißt du auch nicht, was du hier verpasst? Durch die Kanalisation, es wird nicht verzagt. Folgen wir dem Krokodil, machen wir ne Hetzjagd. Fangen es im Netz, das ist unser großes Ziel. Wir kriegen das dicke Reptil. Oh Mann, ist das ein Riesenvieh. Nein, diese Uhrzeit-Echse ist kein Kuscheltier. Pass gut auf, dass dir nichts passiert. Wir dringen ein in sein Revier mit dem Ziel. Wir kriegen das dicke Reptil. Was für ein fieser Alligator. Nette Abkürzung, wir sind direkt hinter ihm. Hey, wo sind Beaufort und Baljeet? Komm schon, sie hängen uns noch ab. Sekunde, wenn ich neun schaffe, ist der zehnte umsonst. Eine unterirdische Krokodil-Fangmission ist unser Auftrag. Unterirdische Krokodil-Fangmission ist unser Auftrag. Ja! Ja! Ja!